Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des DEL-Spiels Kölner Haie gegen die Schwenninger Wild Wings. Zu meiner Rechten begrüße ich Pat Cortina, den Head Coach der Gäste. Zu meiner Linken, Corey Cluston, den Head Coach der Kölner Haie. Und ich darf auch heute, wie gewohnt, zunächst den Coach der Gäste um sein Statement zum Spiel bitten. Pat Cortina, bitte. Schönen Abend zusammen. Glückwunsch, congratulations, Corey, für den Wunsch dieser Nachmittag. Ja, schade für meine Jungs. Ich glaube, wir haben, ich kann nicht sagen, gut gespielt, aber wir haben gespielt, wie wir spielen sollten, um ein paar Punkte zu bekommen. Wir waren sehr diszipliniert in der Abwehrphase. Köln hat vielleicht das Spiel und die Scheibe kontrolliert, aber wir haben nicht viel Torchance gegeben. Wir waren geduldig und leider, wir haben nicht benutzt die wenig Chance, wir haben creiert. Aber wir wissen, Köln ist eine sehr starke Mannschaft, organisiert und, you know, well-coached. Und we gave ourselves a chance to win, and it's too bad we didn't get a bounce. But, you know, I think this is the way my team has to play in order to have a chance to success against teams like Köln and in the DL. And I wish Köln and his team the best for the upcoming games. Thank you. Vielen Dank. Pat Cortina. Köln, your statement, please. Yeah, it was, I thought we had after, got off to a really good start. I thought the first period was solid. You know, we had some good chances, some good looks. We've been struggling offensively. Our confidence around the net isn't where it needs to be. And we got a nice goal off of a good face-off with Omen. It was nice to see him get in the lineup and score a really big goal for us. It gave us some confidence. I thought we played well defensively the first half of the game. I think we gave up seven or eight shots in the first two periods. But at the third period, you know, got off track a little bit. They came on. You know, they played with a lot of jump in the third period. We sat back a little bit and, you know, got into, you know, kind of a trade-off with penalties and power plays. And, you know, lost some momentum for us. And they made it fairly tight down the stretch. But we, you know, we're happy we got the win. And we'll move on and gain some confidence from that. And have a good day off tomorrow and get ready for the next weekend. Vielen Dank, Corey. Ich fasse das kurz zusammen. Corey Klusen hat einen guten Start seiner Mannschaft gesehen, auch mit guten Chancen zum Spielbeginn. Man hat allerdings gemerkt, dass das Selbstvertrauen rund um das Tor zuletzt etwas gefehlt hat. Das 1-0 durch Marcel Ohmann hat dann dieses Selbstvertrauen etwas zurückgegeben. Insgesamt ist Schwenningen im dritten Drittel dann stärker geworden. Sein Team hat etwas das Momentum aus der Hand gegeben. Dennoch freut er sich natürlich über den Sieg, hofft, da wieder drauf aufbauen zu können und wird nach einem freien Tag dann morgen sich auf das nächste Wochenende vorbereiten. Gibt es Fragen? Enrique. Es war eine Frage nach dem Gesundheitszustand von Sebastian Novira. Es ist eine Unterkörperverletzung, die aber scheinbar bislang nicht ganz so schlimm aussieht. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns wieder heute in einer Woche zum Derby gegen die DEG. Spielbeginn ist dann um 16.45 Uhr. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.